Michael, ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist. Du hast natürlich noch einen weiteren großen, großen Hit mitgebracht. Ich glaube, wir haben gleich hier einen großen Gesangschor und dieser Song ist auch für dich sehr, sehr wichtig gewesen. Ramon, warum? Warum war Tränen und Lügen nicht für dich so ein großer, wichtiger Song? Erstmal höre ich natürlich die Musik von Michael Holm schon, seit ich ein kleiner Junge bin. Und dann bei Deutschland sucht den Superstar im Finale 2020 habe ich tatsächlich Tränen und Lügen nicht im Finale gesungen. Ich habe es gehört. Deshalb ist das natürlich ein Riesenmoment für mich heute. Und das hat Glück gebracht. Großartig. Jetzt wollen wir den aber auch hören mit Ramon. Und wir haben uns, du hast dir noch Verstärkung gewünscht, wir haben noch mit dabei die Abrissbirne. Micky Krause und Sonja Liebing. Tränen lügen nicht. Bitteschön. Aplausos. 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 wünschen wir eine unvergessliche Geburtstagsparty. Wir bedanken uns natürlich bei all deinen lieben Kollegen, die mitgesungen haben. Sonja Liebing, Micky Krause, Ramon Roselli. Und noch 80 Jahre obendrauf wünsche ich dir. Es ist so schön, dass... Ja, so lange werde ich es nicht mehr treiben, aber ich möchte auch mich ganz herzlich bei diesen drei wunderbaren Kollegen bedanken und bei dir für die Einladung in deine zauberhafte, fantastische Sendung. Danke. Jederzeit, Michael. Feiert den 80. und dann sehen wir uns mit 80 wieder. Michael Holm! Und Sie, Sie zu Hause haben abgestimmt. Wir haben gesagt, es gibt einen zweiten Song von Mighty Kelly. Wir haben auf der Instagram-Seite von DiGiovanni Zarella Show haben wir abgestimmt. Und es ist ein Song geworden, auf den alle Lust hatten heute Abend. Wir haben von Ihnen noch eine Schöpfung. Und wir haben uns mit einer Schöpfung.